Wen hast du gerade? Die Denise. Ist nichts, was mich so reizt. Nein. Mehr Trash geht nicht. Lass mal nochmal schmecken. Ich mag falsche Menschen. Wollen wir das wirklich sehen? Die Frage fragt mich jeder. Sorry, ich guck weg. Ja. Jenny Frankhauser hat mich bereits mehrmals auf Instagram nach einem Date gefragt. Heute geht's zur Sache. Das ist Love Island. Nein. Ich brauche da auch. Deswegen gibt's doch heute schon ein neues Video. Boah. Wir haben die allerbesten Zines. Nein, glaube ich nicht. Also wenn das die besten Singles sind, dann sind wir vielleicht doch nicht bei Love Island, sondern bei Ames Deutschland. Oh look, ich weiß manchmal nicht mehr weiter. Ich brauche jetzt so ein Dings, so ein Doktor oder so. Da hast du auf jeden Fall recht. Egal um was es geht, nimm am besten nicht den von Michaela Schäfer oder den von Gina-Lisa Lohfink. Danilo ist mit seiner aktuellen Islanderin nicht so richtig happy. Die neue Asena hat's ihm richtig angetan. Ich weiß manchmal nicht mehr weiter. Dass er aus so einer Schnabetasse trinken muss, spricht nicht unbedingt für sein Intellekt. Bei mir ist halt seit gestern ein bisschen durcheinander. Auch solche Köpfe wie den von Danilo Kauen ganz offensichtlich überfordern. Mit Grammatik oder halt zu vielen Trusten. Aber dann kommen diese Granaten hier rein, die sehen ja wirklich gut aus. Lieber Gott, warum hast du mir nicht ein bisschen mehr hiervon geschenkt? Würde ich mich ein bisschen noch mehr als Frau fühlen. Der liebe Gott hätte dir tatsächlich mehr geben müssen. Ricarda hätte mehr Füllung im Gehirn gebraucht und nicht in den Lippen. Gerade mit wem die da sitzen? Mit Micha. Guck, guck. Guck einfach. Ich finde, wir sollten einfach ehrlich zueinander sein, als wenn du sie zum Beispiel attraktiver findest. Was, ich hab dir schon gesagt? Mach dir keinen Gedanken mehr. Ich hab voll Angst, dass die dich mir wegschauen. Guck mal, ich will dich nicht verlieren als Couple. Eines muss man RTL 2 lassen, die Kandidaten werden von Staffel zu Staffel immer beschränkt. Wir halten fest, sie hat ungefähr 34.872 mal gefragt, ob er bleibt. Nee, wie gesagt, macht ihr da keinen Gedanken. Ich bin so. Mach ich auch nicht. Aber sie würde, wenn sie es könnte. Also du gefällst mir optisch auch sehr gut. Bei mir ist so die perfekte Mischung einfach, dass ich, ich bin süß, ich kann aber auch sexy sein. Oh, das ist so ziemlich das Traurigste, was ich seit langem gehört hab. Ich bin auch ein richtiger Herzensmensch. Arsena bezeichnet sich als Herzensmensch. Da müssen wir uns jetzt auch mal anschnallen, wer das Original, nämlich die absolute Eskalation von Herzensmensch wie die Herren verpasst haben sollte. Ich hab's euch in der Infocard verlinkt. Wow. Was machst du denn jetzt? Also Skilehrer manchmal? Skilehrer? Genau, ich hab erst studiert. Ich hab Astrophysik studiert. Ich glaub, ich kann mir das alles gar nicht merken, was du machst. Wer glaubt, dass die Astrophysik noch nicht mal am Ansatz buchstabieren kann? Ich würde mich mal entschuldigen. Ich würde mal auf Toilette gehen. Ich dank dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich muss kacken. Okay, nice. Apropos, vielleicht klappt's ja mit der nice besser. Ähm, ja. Wenn sie alle nicht sprechen, geht's eigentlich. Aber ich glaube, du bist eine sehr ruhige Person, ne? Du bist richtig ruhig. Dennis ist ruhig, weil es so anstrengend ist, Wörter aneinander zu reiten und daraus Sätze zu bilden. Aber schön, dass sich dein Puls seinen IQ angepasst hat. Okay, nice. Diana und Asena, ihr seid die ersten zwei Granaten dieses Jahr auf Love Island. Und was hast du bei Love Island so gemacht? Also, ich war eine von zwei Granaten, steht jetzt aber auch in meinem Lebenslauf unter Sonstiges. Ich hab das Gefühl, du bist ehrlich. Oh, oh, die Granaten quatschen nochmal mit den Männern. Dann will sie plötzlich mit Yasin unter vier Augen sprechen und ich finde einfach, das geht nicht. Was muss in deinen Augen eine Frau haben? Die muss jeden Tag mir ein schönes Lächeln geben. So tiefgründig. Das Aussehen ist das eine, aber der Charakter ist schlussendlich das, was entscheidet. Bitte, was ist wichtig? Wen hast du gerade? Die Denise. Das ist nichts, was mich so reizt. Du hast voll die süßen Grübchen. Ja, ich find's auch mega. Das ist so unangenehm. Da gibt's nur eine passende Reaktion. Ich guck weg. Was hier so aussieht wie das Treffen der anonymen Astrophysiker, ist nur das Klassentreffen der 8c, der Menowin Fröhlich Gedächtnis Hauptschule. Diana und Asena, heute Abend dürft ihr entscheiden, mit welchem Islander ihr euch verkuppeln wollt. Damit werdet ihr zwei Mädels zu Singles machen. Wen nehmen Diana und Asena den Typen weg? Jetzt platzen die Granaten. Ist deren Silikon so billig oder warum? Naja, also Dr. Mung schiebt schon mal sein Busen-Sondereinsatzkommando nach Mallorca. Wie ihr wisst, sind wir beide heute als die Granaten in die Villa gekommen. Es war in meinem Kopf ein kleines Hin und Her. Ein kleines Hin und Her in ihrem Kopf. Oder wie es bei den Islandern heißt, absolute Überforderung. Die Lippen sind so dick, die kann man nicht immer in den Mund schließen. Danilo. Ich glaub, das erste Gespräch heute hatte ich tatsächlich mit dir. Nice. Kann Dennis irgendwas außer Nice sagen? Das dauert hier länger als die Entscheidung bei DSDS. Dennis. Moment, Moment. Bitte, wie heißt das? Nice. Alles klar. Das ist der Moment, in dem du realisierst, dass du mit dem Astrophysiker ein Couple bleiben musst. Okay, nice. Samira hat das null gepasst, dass Diana mit ihrem Yasin gesprochen hat. Guck mal, ich find dieses hinterher, die von ihr geht gar nicht. Was soll bitte deine Aussage? Welche? Überlegt nach. Überlegt nach. Deutsch ist schon mal nicht die Stärke unseres Lehrers. Wieso kommst du nicht zu mir her und fragst mich? Sport ist auch ein schönes Fach. Die kennen sich jetzt zwei Tage und verhalten sich so, als würde ihre langjährige Beziehung auf dem Spiel stehen. Ich liebe alles an Love Island. Lass mal nochmal schmecken. Clever von Samira, sich Lipglas mit Biergeschmack aufzutragen. Wie sieht's denn bei den neuen Paaren aus? Schauen wir mal zum Dinner. Aber du bist komplett Italiener? Komplett Italiener, ja. Kannst du auch Spaghetti kochen? Ich kann auch Spaghetti kochen. Ich kann auch Rigatoni kochen. Das mach ich echt gerne. Sie kann keine Spaghetti kochen. Und ich dachte, es ist eine Grundvoraussetzung für die Sendung, dass man mit Nudeln umgehen kann. Während Dennis Nudel bei Frauen al dente bleibt, gibt's schon wieder Stress. Du hast ja gesehen, dass ich und Yasin uns sehr gut verstehen und ich hab dir das ja auch erzählt. Es kam halt für mich einfach so rüber, als hättest du quasi das Gespräch zu ihm gesucht und er dir sagt, ich möchte das nicht. Hat er aber nicht. Weil ich hab gar keine Lust irgendwie auf Stress oder sonstiges. Ich aber und alle hier auf YouTube. Achso, du bist aber im Übrigen die Einzige, die gerade Stress macht. Gut. Also ich glaub, dann hast du einen klaren Kopf wieder. Noch klarer sind nun Patricia Blancos Schnapsvorräte. Der Granateneinschlag hat viel Verwüstung angerichtet. Besonders bei Denise. Dabei hilft eine hässliche Brille aber auch nicht. Schön aber, dass Natascha Ochsenknecht dabei ist. Stell mal vor, morgen kommt ein Typ und er nimmt dich. Was würde er dann machen? Wenn er reinkommt, wird er schon sehen, dass sie mir gehört. Und er kann zwischen uns wehen. Er nimmt dich, dann bin ich raus. Was machst du denn? Was, was, Maya? Gehst du dann auf? Wohin? Fakt ist, es sind Tausende von Gehirnzellen zu wenig. Aber immerhin haben sie alle so ihre Aufgaben. Nee. Ich muss heute mit Yasin schlafen. Ihr Couple Yasin griebt konsequent nur noch Samira an. Die Einzigste. Das war nur eine Frage der Zeit, bis jemand Einzigste sagt. Ich hab jetzt auch so ein bisschen Angst. Ich verdaufe hier. Verdumme. Ich glaube, dass auch ein ganz intelligenter Mensch zwischen Dummen dümmer wird. Hat der Wendler recht und die Dummheit färbt ab? Und was wäre dann schlimmer, dass der Wendler recht hat oder dass wir dumm werden? Tiana? Ja, die hat halt auch sofort gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Liebe Lisa, das sehen wir alle. Und schon am ersten Tag war das dann so oben auf dem Balkon, ne? Ja, wir haben die falschen Partner irgendwie. Kindergartenkinder, deren Sandburg zerstört wurde, sind emotional gefestigter als die Damen. Ja, keine Ahnung. Das ist vorbei. Die sind ein sicheres Couple jetzt. Voll verloved. Lisa, unser englische Genie. Ich würde jetzt fast sagen, dass es daran liegt, dass du keine zwei Sätze gerade rauskriegst. Das kann aber auch nicht sein. Das trifft ja auch die meisten bei Love Island zu. Yasin. Ja? Komm mal bitte kurz her. Hast du mich nur so aus Not genommen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe gestern gefragt. Es war alles besetzt. Mit alles meint er die Frauen. Sehr sympathisch. Eyeländer. Heute finden wir heraus, welche schlüpfrigen Geheimnisse euch so rausgerutscht sind. Jetzt wird geknut. Ich bin so ein bisschen vorderweg im Spiel. Ich muss dir keine Gedanken machen. Ich weiß, wenn ich jemanden küssen muss, dann ist es ohne Gefühle und dann ist es nicht schlimm. Der Wendler. Das Sommer. Hätte seine Partnerin schon längst den anderen angeboten. Rutscht nacheinander die Rampe ins Becken hinunter, fischt ein Geheimnis heraus und lest es laut vor. Am besten einigermaßen flüssig. Die Jungs spielen gegen die Mädels. Ratet dann, wem das Geheimnis rausgerutscht sein könnte und besiegelt eure Vermutung mit einem Kuss. Natürlich ist die Würde des Menschen unantastbar. Außer bei RTL und RTL 2. Das wissen wir doch jetzt. Ich hatte mal was mit einer Frau. Also Dennis ist damit schon mal raus. Ah, er hat sich eh schon entschieden. Jetzt wird ein bisschen Herpes verteilt. So ein kleines bisschen Nivellos ist Love Island schon, oder? Melissa hätte doch so gerne einen, der sie gerne küsst. Anscheinend kann Mischa nicht küssen. Oder warum heult sie? Hat der Mundgeruch? Ich muss zugeben, ich war den Schlauchbootlippen gegenüber sehr skeptisch. Wenn man so nah am Wasser gebaut ist wie die Ladies, ist das natürlich sehr gut für die Sicherheit. Die nächste Frage. Ich habe einen Schulabschluss. Niemand meldet sich. Gut, dann machen wir mit den Frauen weiter. Ricarda zeigt erstmal, wie moderne Hautpflege aussieht. Die Mädels sind leicht im Vorteil. Silikon von innen und von außen. Bei mir kann Sex auch gerne mal 6-7 Stunden dauern. Schlimm, wenn man Stunden mit Minuten verwechselt. Der, der immer kann. Ich habe schon voll auf keine Unterwäsche geträumt. Weil ich keine saubere mehr hatte. Ich hatte mal 3 Beziehungen gleichzeitig. Jenny Frankhauser hat mich bereits mehrmals auf Instagram angeschrieben und nach einem Date gefragt. Wer ist das denn? Daniela Katzenberger, ihre Schwester. Deutsche Sprache ihr Höhepunkt. Jenny Frankhauser schreibt Männer bei Insta an, ob sie sich mit ihr treffen wollen. Immer wenn du denkst, es geht nicht noch schlimmer. Also ganz kurz, ok Google, wer ist Jenny Frankhauser? Keine Treffer, weil nicht relevant. Wir Männer, sage und schreibe 6 Punkte für uns. Da hätte sich Bachelorette Harald mehr über die Flasche gefreut, als alle Jungs zusammen. Ich bin gerade mal 22 und ich würde vielleicht mit... Du wirkst vom Aussehen her so locker 28, 29. Oder wie der Wendler sagen würde. Du siehst einen Tacken älter aus. Äh, 49. Sag einer Frau niemals die Wahrheit. Kannst du zickig sein? Aber ich will keine ZD. Ich will doch im Sinne der Unterhaltung hoffen, dass das ne Lüge ist. Misha gibt ebenfalls Gas. Wir haben seit Tag 1 Augen füreinander und wir halten seit Tag 1 zusammen. Also seit gestern ist das euer Ernst? Ich find schön, dass aus jedem... Haben wir hier ne Decke? Ne ne. Wieso ist sie kalt? Ne aber ich denk nur an dich. Sie checkt nicht, dass er unter der Decke fummeln will. Sehr schön. Wenn du einen Kussmund machen möchtest, aber der Entenschnabel einfach nicht mehr mitmacht. Bitte vermehrt euch nicht. Drei wichtige Dinge. Erstens. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Zweitens. Was Misha und Ricarda da machen, kann ich ihr auf YouTube natürlich nicht zeigen. Ich verlinke euch in der Infobox Love Island bei TV Now. Spoiler. Die nächste Folge lohnt sich. Und drittens. Warum glauben die Mädels eigentlich den ganzen Stuss, den die Kerle da erzählen? Ich verstehe es wirklich nicht. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Hier gibt es Folge 1 von Love Island. Lügen, Küsse, Körbe, alles mit dabei. Unbedingt reinklicken. Es lohnt sich. Viel Spaß und bis bald. Ciao.